Herzlich Willkommen zu HUA 20 Uhr Folge Hey oder was ist der Wunsch und Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 22 Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Gestern gab es ja bereits das erste TOTS Premier League Pack Opening Mit Wayne Rooney als Icon Haben wir nicht gezogen, deswegen probieren wir es heute wieder Das war ein Spoiler, ich hoffe ihr habt die gestrige Folge schon gesehen Wenn nicht, ist halt kacke gelaufen Wenn nicht, ist halt kacke gelaufen So, lasst uns mal ganz kurz gucken Ich brauche einen Premier League Ne, 6 aus der Premier League Ach du Scheiße, ne, ne, scheiß doch Dann spiele ich halt das erste hier Ich hole mir doch jetzt nicht 6 Premier League Spieler Sehe ich aus wie Atze oder was? Bruno Astur Einfach Gewinn, aber gegen diesen Gegner Der hat 50% tolle Chancen Ich habe 60% normale Chancen Da sehe ich jetzt nicht so Schauen wir einfach mal Ich gebe mein Bestes, wie immer Aber das sieht halt schon vom Papier her aus Nach einer Niederlage Aber schauen wir einfach mal Einfach jedes Ding reinknallen und dann kann es theoretisch doch noch was werden Wenn Philipp Lahm die Flanken gut schlägt Und Ronaldo die Dinge einnickt So, Messi in die Mitte Ronaldinho, direkter Abschluss Ich führe 3-0 gegen den Gegner Gegen Bruno Bruno, Alter, was geht ab? Bruno, was los? Hat sich erst ausgebrunert oder was? Bing Bong, 4-1 Der Gegner hat abgebrochen Ja, moin Okay, schmeckt Das heißt, ich gewinne Gegen einen Eigentlich viel besseren Gegner Als wie ich Moin Blub, gefällt deine Story Übrigens, wenn ihr auf Instagram noch nicht abonnent seid Könnt ihr sehr gerne auf Instagram abonnieren Da ist ich Packsunited96 Da geht es aber in der Zu 99,9% Beziehungsweise eigentlich zu 100% Nicht um FIFA Mobile Sondern es geht um Fußball-Sammelkarten Kann ich euch direkt schon sagen Ähm Ja, wir werden die Rain-Hunipacks heute natürlich neu öffnen Heute gibt es 16 Stück Gestern hatten wir Hat ja die Kopfbälle verlaufen heute richtig Ich sag euch ehrlich Hätte der Gegner normal gespielt Ich glaub, dann hätten wir ja gar nicht so wenige Chancen Hier das auch trotzdem zu gewinnen Weil wir spielen hier gerade echt ein solides Spiel Ein solides Game Stabilo-Win-Stift Ähm Was wollte ich sagen? Wir öffnen 16 Rain-Hunipacks jetzt 16 16 Stück Und morgen gibt es Auf ganz entspannter Basis Neue Folge von Ich bewerte eure Teams Und Wahrscheinlich geben wir die Premier League Punkte aus Aber ich weiß noch nicht Also morgen 20 Uhr Folge Und natürlich um 8 Uhr Ich bewerte eure Teams Bing Bing Bong Baling Baling Babong Bing Bing Bong Aber komm Komm, eins war ich noch davor schnell Off, ne Jetzt nach dem Sieg Hab ich Bock noch mal einen wegzufetzen hier Sweets Genau das gleiche Auch wieder 50% tolle Chancen Für den Gegner Weil er Wie viel Wie viel chemistry hat er? 100 oder was? 100 Boah Ätzend 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 Egal komm Abfahrt Komm Krisch 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 Erstes Tor Und jetzt können wir ja sehen Einfach jedes Ding reinhauen Und dann ist trotzdem noch Ein Sieg drin Wirklich Jedes Ding reinhauen Und man kann hier gewinnen Auch gegen so einen Gegner Kommt halt auf die Chancen drauf an Boah Ein Glück geht der rein Wenn der nicht reingegangen wäre Wäre ich direkt gebrochen gewesen Weil gegen so einen Gegner muss man halt auch Vor allem Ding alles reinmachen Ansonsten sieht es da schwer aus Und bis jetzt Mach ich alles rein Faust in die Face Schön vorbeigegangen Cristiano Ronaldo wir liegen mit einem das war es glaube ich mit diesem einem angriff davon mit der flanke von philipp 79 weiß ich nicht so wirklich weiß ich jetzt nicht so wirklich junge ich glaube das ist eines der geilsten tore die ich in fifa mobile gemacht habe mit ronaldo wirklich wenigstens das wenigstens haben wir das hier in der zweiten uhr folge natürlich kommen jetzt noch die packs das ist ja klar aber ich meine bei worst angriff nicht in der zweiten folge wenigstens haben wir das jetzt hier in diesem angriffspiel auch wenn es ich hätte guck mal 10 12 wenn ich den jetzt rein mache und ich mache ihn rein ich hätte hier locker und entschieden spielen können gegen speeds obwohl der so viele guck mal ich hatte eine tolle chance und der gegner der fünf tolle chancen sage ich nun mal so ne sage ich nun mal so aber egal scheiß drauf mal alles nur einmal mehr haben wie Danache abfahrt er spekt 1500 man kennt 1500 pünktchen man kennt noch mal 1500 reden wir nicht drüber einfach die wenigsten punkte wenigsten punkte die man da ziehen kann noch mal die wenigsten 2000 das ist stark aber ich würde da gerne eine nuane uni einfach 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 walkout stellt euch mal vor jetzt aus diesem pack beim walkout wir hätten die hexenlacher am start wir hätten die hexenlacher am start aber so nicht 1050 danke für nichts danke für nichts die jam packs öffnen natürlich auch noch vielleicht haben wir dann da mehr glück aber noch ist es möglich noch kriegen was hin also noch könnte was hinkriegen zwei normale packs noch mach doch mal nicht so nicht so wie brauche ich denn fünf mal tausend mal 50 5000 6250 camps brauche ich reden wir durch chancen und dann holen wir uns hier auch noch eins sogar so was machen so müssen das machen aber jetzt mal ein paar mehr aber scheiß drauf die werden wir sicherlich in den nächsten wochen auch noch ausgeben gratis habe ich mir schon immer gewünscht habe ich mir schon immer gewünscht habe ich mir schon immer gewünscht ich mache mir jetzt was ganz verrücktes ich öffne jetzt 5 packs mit einmal 5 packs mit einmal eigentlich mag ich so was nicht bei gerade bei solchen tex mag ich das nicht aber vielleicht haben wir damit glück Abwart Stellt euch das mal vor jetzt hier Stellt euch das mal vor, Wargott Ne, kein Wargott Jetzt war, keine Ahnung, wie ich, wenn ich Mal Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Ich bin gebrochen, ich gehe gebrochen ins Bett Ich weiß nicht mal, zum jetzigen Zeitpunkt Kann ja auch sein, dass Hertha Relegation spielen muss Dann gehe ich noch gebrochen ins Bett Ich bin raus und bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Schaund Ich bin raus und bis zum jetzigen Zeitpunkt Ich bin raus, ich bin raus Vielen Dank.